Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Schaus, Frau Hoppach, nur weil die Sonne scheint, müssen Sie ja nicht so trübsinnig daherreden. Also wenn es denn jetzt so wäre, dass wir, weil 17 das Jahr ist, wo die Wahlen kommen, dass wir jetzt die Kultur entdecken, dann könnten Sie ja darüber streiten und sagen, was ist denn das mit fünf Prozent mehr. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, das haben wir im Jahr davor gemacht. Das können Sie runterrechnen bis zum Beginn der Regierungsübernahme und der Unionsführung. Und es ist eben so, es ist eine Tatsache, dass sowohl im Bund als auch in den Ländern irgendwo mehr Geld für Kultur ausgegeben wird, als wenn die Union die Regierung führt. Das können wir gerne nachrichten, das können wir gerne nachrichten, lieber Johannes. Und du weißt, dass wenn wir beide nicht wären, es in Hamburg auch bitter aussehen würde. So, und bevor mich mein Fraktionsvorsitzender wegen dieses Länderfinanzausgleiches dann kritisiert, sage ich mal, Sie machen einen Riesenfehler, Frau Schaus. Sie entlassen die Länder und Kommunen, vielleicht orientieren Sie sich nicht an Vorhaltung, das kann man gerne tun, eine gute Kollegin aus Hamburg, Sie entlassen die Länder und die Kommunen völlig aus der Verantwortung. Sie sagen, die Dinge, die wir mehr tun sollen, soll der Bund tun. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass wenn wir mehr Steuern haben, die auch mehr Steuern haben. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Fragen Sie Ihre Grünen und Ihre roten Kollegen in den Landesregierungen, die nicht von uns geführt werden, was sie denn tun und was sie denn gedenken zu tun in der Zukunft. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Frau Aubach, Sie haben den Kulturetat mit anderen Etats verglichen. Ich werde einmal vorsichtig mit dem umrechnen. Die größte singuläre Ausgabe in unserem Etat ist der Zuschuss in die Rentenkasse, 100 Milliarden. Möchten Sie das jetzt in Kultur umrechnen? Wäre das sinnvoll? Dieses Gegeneinander macht keinen Sinn. Sinn macht es, konstruktiv die Politik weiter auszubauen. Wir haben die Kultur immer teilhaben lassen an den Steigerungen, selbst wenn es keine Steigerungen gab. Das haben wir eigentlich ganz ruhig gemacht, weil man gar nicht so laut darüber reden soll. Aber dann muss man es ja mal tun. Auch in schwierigen Zeiten, auch als die Euro-Krise alles dominiert hat, haben wir bei Kultur immer einen draufgesetzt. Und das bei diesem pfennig fuchsenden Finanzminister. Das ist schon eine große Leistung. Und Sie sagen, es sei nicht richtig, sich an einen runden Tisch zu setzen und zu reden. Man müsse auch was tun. Ich meine, Monika Grütes hat es doch gesagt, ich will das auch nicht kritisieren, Ihre Planüberfüllung. 53 Prozent Frauenquote in Ihrem Haus, da das nicht durch Männereienerschießungen erledigt worden ist, ist das doch völlig in Ordnung. Was haben wir noch gemacht? Wir haben im letzten Mal beschlossen, dass wir die Tarifverhöhung durchziehen. Und zwar nicht nur für die 275 Beschäftigten im Haus, sondern auch für die 6.750 anderen, die in den Einrichtungen beschäftigt sind. Und wir haben auch gerade gestern in einem Gespräch mit dem Bereich Tanz, wo ja nun sehr viele Idealisten über die Bühne hopfen und sicherlich sich manchmal dann auch prekär beschäftigen lassen, gesagt, wenn wir hier weitermachen, erwarten wir von euch, dass am Ende faire Honorare gezahlt werden. Und das werden wir auch reinschreiben. Das heißt, all das, was Sie sagen, machen wir schon. Mir ist bewusst, man kann auch noch mehr machen. Dieses Mehrmachen ist ein sich durchziehendes Programm. Was sind unsere Kriterien? Und da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Wollen Sie wirklich von hier aus soziokulturelle Maßnahmen steuern, die in einer Kommune in Nordrhein-Westfalen oder in Ostfriesland laufen? Wollen wir den Zentralstaat errichten, der das alles regelt? Ich glaube nicht. Das lassen wir im Wesentlichen dort. Und dann haben wir eine Einrichtung geschaffen, die wir im letzten Jahr mit 5 Millionen mehr ausgestattet haben. Wir haben die Kulturstiftung des Bundes, die genau und sehr genau in diesen Flächenländern, in den Kommunen wirkt. Allein das Programm Transformation, das ermöglicht, den demografischen Wander so zu gestalten, dass wir eben nicht ständig Einrichtungen verlieren. Wir sind uns bewusst des großen Erbes aus der Zeit, wo wir Kleinstaaterei gemacht haben und deswegen heute so viele Museen und Theater haben. Wir bewahren das. Wir haben das auch bewahrt und vertreten, als das nicht en vogue war. Was sind die Kriterien unserer Kulturpolitik? Die müssen sein. Exzellenz, Innovation, nationale und internationale Bedeutung und Demokratisierung der Kultur. Das ist das, wofür der Bund stehen muss, wofür die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen in diesem Parlament kämpfen. Die Aufgabe ist es, Exzellenz zu ermöglichen. Und da fördern wir zum Beispiel dort, wo eine Kommune, eine Stadt, meine Damen und Herren, eine Sprung, diese Mehrkosten, die ich finanzieren kann, die es bedeutet, es international bedeutend zu machen. Wir haben im letzten Jahr beschlossen, dass wir den freien Produktionshäusern einen Etat zur Verfügung stellen, um gemeinsam ihre Produktion zu entwickeln und auch international zu vermarkten. Das ist sicherlich nicht eine Szene, die ausschließlich aus CDU-Wählern besteht. Und das ist auch ein Unterschied. Das kümmert uns nämlich nicht. Wir haben eine bürgerliche Vorstellung von Kultur, und die hat was mit Freiheit zu tun. Wir ermöglichen den Rahmen. Wir sagen nicht, was gespielt werden soll, und wir sagen auch nichts über die Aussage. Und wir verlangen auch keine Political Correctness. Die ist gerade uns gegenüber oftmals nicht der Fall. Sondern wir sagen, das ist die Freiheit der Kunst. Und wenn es uns wehtut, dann ist es so. Aber wir gewährleisten diese Freiheit der Kunst. Und richtig. Und das machen wir ja auch so. Zweiter Punkt ist nationale und internationale Bedeutung. Monika Grütters hat das angesprochen. Kultur hat eine hohe Relevanz im Dialog. Und das haben wir, weil wir exzellente Kultur machen und weil wir damit auch zeigen, dass man bei uns seine künstlerische Qualität ausleben kann, die ja auch hier nicht immer Mainstream ist. In der Regel, das ist das Wort Avantgarde, sagt es ja auch, alles, was neu ist in der Kunst, wird meistens nicht als leicht erträglich empfunden. Viele mögen das nicht. Es hat lange gedauert, bis die Roskos in Kopies ins Wohnzimmer geschafft haben. Man kann heute noch mit Alban Berg Konzertsäle leerspielen, obwohl das schon 100 Jahre her ist oder länger, dass er das geschrieben hat. Wird aber gefördert und ist ein Signal in die Welt, und zwar in die nicht freie Welt, dass es sich besser lebt. Ich finde es bemerkenswert, die Zusammenarbeit von BKM und Auswärtigen Amt, die Bilder aus dem Terranmuseum nach Europa zu holen. 35 Jahre im Keller, immerhin nicht verbrannt, sondern im Keller gelagert, wird diese Ausstellung in Berlin zum ersten Mal gezeigt. Sie wird natürlich auch in ein Rahmenprogramm gestellt. Wir zeigen sie zu einer Zeit, wo anderswo nicht nur Kunstwerke, sondern gleich die Künstler im Keller oder im Verlies landen. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung. Das widerspricht auch diesen ständigen Vorwürfen, die Bundesregierung würde für diesen oder jenem knien. Nein, tut sie nicht. Aber wenn man über dieses Knien oder Blindsein redet, müssen Sie sich nicht manchmal fragen, ob es nicht komisch ist, dass Sie sich mehr Gedanken machen über die Qualität des Verbraucherschutzes in den USA als über die Menschenrechte in Russland. Das stimmt. Das ist nicht das Unterste, sondern das, was Sie machen, ist das Unterste. Und ich finde auch, dass wenn Sie sich Ihre eigene Rhetorik mal ansehen, dann ist die ziemlich spiegelgleich mit der Rhetorik vieler Leute aus der AfD. Nein, das ist nicht zu klären. Es gibt den Linken und es gibt den rechten Rand. Und in der Mitte findet die Demokratie statt. Das ist so. Das ist so. Und es ist so. Wir können ja gerne inhaltlich diskutieren. Das haben wir im Bundestag auch getan. Und ich glaube auch, dass Erklärungen, die wir gemeinschaftlich getroffen haben, wie die Armenienerklärung, Ihnen so leicht nicht von den Lippen gehen, weil Sie genau wissen, für welche Systeme Sie eingetreten sind und auch noch heute eintreten. Das ist einfach die Frage. Herr Kollege, ich muss Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Wir haben uns darauf verständigt, dass alle Ihre Redezeit einhalten. Ich bitte Sie, das auch zu tun. Sie ist überschritten. In den letzten sechsten Jahren ist es mir noch nie passiert, zu überziehen. Ich freue mich, dass wir den Kulturel-Etat in den letzten zehn Jahren nicht überzogen haben, aber deutlich immer ausgebaut haben. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Burkhard Liebert das Wort für die SPD. Entschuldigung, Tabea Röster für